Willkommen zurück beim FM24 Console Edition. Wir haben leider die letzten beiden Auswärtsspiele verloren, stehen auch deshalb nur noch auf Platz 4. Haben jetzt noch am 17. Spieltag den Tabellen 17. Hansa Rostock vor der Brust und wollen zumindest zu Hause weiterhin die Punkte und die Siege holen, dass wir zumindest auf Platz 3 oder vielleicht auch 2 überwintern können. So, und einen Teil der Winterpause werde ich dann in diesem Video auch machen. Essequem mit einer Verhärtung der Oberschenkelvorderseite fällt ein ins drei Tage aus. So, wir sind klar, Wettquotentechnischer Favorit. Moslea ist fit, Martin ist fit und Essequem ist auch fit. Das Lazarett lichtet sich. Wir spielen am Freitagabend. Die letzten Spiele waren, aber gut, das war auch gegen den HSV. Da kann man schon gegen verlieren. So, wir gucken nochmal, wie die Fitnesswerte aussehen, dass wir überhaupt ohne Floyd Moslea hier so gut weiter gepunktet haben. Ist auch nicht selbstverständlich. Moslea ist immer noch nicht wieder bei 100%, deswegen lasse ich ihn auch diesmal draußen. Ähm, ja, ich ändere erstmal nichts. Wahlt der HSV, der uns besiegt hat, deswegen ändere ich nichts und hoffe, dass wir jetzt mit derselben Elf Hansa Rostock besiegen. Die stehen auf Platz 17. Die wollen natürlich auch nochmal Punkte holen vor dem Weihnachtsfest. Es ist eine Paderborner Filiale. Da spielt Kai Pröger, ein ehemaliger Paderborner. Kinn Zombie, der Bruder von unserem Kinn Zombie. Vasiliadis, ehemaliger Paderborner. Van der Werf gehört uns sogar, der ist nur ausgeliehen. Engelsson ist ein ehemaliger Paderborner. Also eine der absoluten, ja, Zweigstellen, wenn man so möchte. Gute Mannschaft, gute Ausstellung, sagt Mario Finke. Und ich hoffe, das Stadion ist nochmal ausverkauft. Der 17. Spieltag. Was war das für eine Hinrunde? Natürlich ein bisschen kurios, wie das gegen Kiel gelaufen ist. Aber ich habe es ja schon mehrmals erwähnt. Und jetzt wollen wir uns hier die Hinrunde nochmal veredeln mit einem Dreier gegen Hansa. Noch hier keine Szene. Jetzt hier die erste Szene in der 10. Minute. Nach mit dem Freistoß und Klepfisch auf Conté. Und Conté, das siebte Saisontor bereits. Und zählt der, oder war das abseits? Ich denke, das muss geprüft werden. Aber bisher halten unsere Tore den Überprüfungen ja meistens statt. Das kann aber auch nicht ewig so bleiben. Es wird vom VIA geprüft. Und das ist auch das Torwert gegeben. Schon das siebte Saisontor von Conté. Manch einer, inklusive mir selbst, dachte, der Mann wäre eher leicht Athlet mit Fußballer-Ausbildung. Aber der hat auch fußballerisch, also mit fußballerischen Schwächen, meine ich damit. Aber der hat einen Freistoß von heuer, war auch gewaltig. Meinte natürlich damit, dass er fußballerische Schwächen hat. Er zeigt uns das absolute Gegenteil. Und der siebte Saisontor, Conté, ist jetzt der Spieler der Hinrunde, muss man so sagen. Klepfisch hier mit dem Assist. Brackelmann auch eine der Entdeckungen. Die junge Flügelzange dahinten mit Brackelmann und Kurde. Und jetzt Philipp Bielpia, der auch eine Sohn auf Grimaldi. Die spielen alle eine super Hinrunde. Und Grimaldi macht den Rhein. Und es wird wieder auf Abseits reklamiert. Und es muss nochmal vom Videoassistenten gecheckt werden. Grimaldi. Das Tor wird auch gegeben. Ja, es werden alle Tore gegeben. Ist das normal, dass die immer gegeben werden? Oder wir sind einfach eine korrekte Mannschaft. Bill Bielpia auch wieder mit einer Torbeteiligung. Grimaldi per Kopf. 2 zu 0. Wir stehen auf Platz 2. Der Blitztabelle klar, die anderen können noch nachlegen. Auch Bill Bielpia, einer der Schlüsselspieler dieser Hinrunde. 7 zu 1, das Chancen-Teilnis Rostock fällt auf 18. Die spielen hier kaum noch mit. Oder generell hier kaum mit. Kai Klefisch auch mit einer guten Hinrunde. Stammkraft im Zentrum. Janis Heuer auf Müller, der hier wieder die Binde trägt. Gegen Zombie hier muss seinen Bruder ärgern. Aber Klefisch, Klefisch geht in der Ärgerstadt zwischen und passt auf Bill Bielpia. Und er haut ihn auch rein, auch schon in der 6. Saison. Wir haben so viele verschiedene Waffen. Schon mehrere Spieler, die mehr als 5 Tore geschossen haben. Klefisch, der Vater des Erfolgsen. Die ist hier nur 3-0, schon in der 1. Halbzeit. Rostock wird zerlegt. Klefisch mit 2 Torvorlagen. Bill Bielpia mit 2 Torbeteiligung auch. Und jetzt nochmal ein Freistoß. Janis Heuer. Der hat einen Bums. Der knallt die Bälle ordentlich drauf. Der versucht es. Ja, der war auch technisch nicht schlecht. Und Kolke. Die Krake. Kann das zupacken. Das gibt es nochmal. 3 Minuten oben drauf. Eckball. Klas Natsch. Auch zum Stammspieler gereift ist hier. Und Grimaldiak-Kolke. Und den sauber ab. 3 Minuten Abspielzeit. Es gab 3 gelbe Karten. Hüsing, Dressel und Bachmann. Bei Ransar Rostock. Wir führen 3-0-Zertests. Überragend. Was wir hier zeigen. Ich bin begeistert. Das waren großartige 45 Minuten. Er hat sich an die Wand gespielt. Das wollen wir dann auch nicht aus der Hand geben. So. Eine wirkliche Veredelung. Dieser großen Hinrunde. Warten mal. Wird das der dritte Aufstieg des SC Paderborn? Ah, Pröger. Der ehemalige Paderborner ist bewusst hier weggegangen. Weil er nicht genug Spielpraxis bekam. Schickt jetzt hier Schumacher. Und das ist eine gute Kombination hier. Christian Kinsombi. Und Klee Fisch. Aber der Ball geht zurück zu Hansa Rostock. Wenn die jetzt das 3-1-Schießen, dann ist noch genug Zeit. Wir haben auch schon mal häufig Gegentore kassiert. Aber wir sind auch hier gut in Grimaldi auf Nutsch. Das ist sowieso auch ein Dream Team Arsch. Und ein Fehlpassier nach dem anderen. Auf beiden Seiten. Schumacher. Rosbach. Rosbach oder Schumacher. Zombie. Und da ist das Tor. Yannick Bachmann mit dem 3-1. Da war er zu nachlässig. Da haben er denen zu viele Anläufe gegeben. Und irgendwann treffen sie dann auch. Und das war nicht gut gemacht. Und das müssen wir vielleicht doch nochmal zittern. Wenn wir die Osttokkeits Rückenwind bekommen. Das kann uns nicht schmecken. Und das ist ja völlig ohne gegen, wer über die Bühne gehen würde. Das war auch nicht zu erwarten. Ich wechsle da nochmal, um dem etwas entgegenzuwirken. Bringer Hansen für Kinsombi. Und Max Kruse kommt für Nutsch. Kruse spielt dann. Von dem Stil her lassen wir es mal so. 50-50 Ballbesitz. Aber gut, jetzt vergehen weitere Minuten ohne. Das rausdruck nochmal das 3-2. Conte wirkt erschöpft. Dann kommt jetzt der nächste Doppelwechsel. Robert Lalpatz kommt für Szilard Conte. Und Raphael Obermeier kommt für Calvin Brackelmann. Jetzt habe ich den Obermeier nicht die Rolle geändert. Das mache ich dann doch mal noch. Das ist mir die Frage. Ja, mache ich doch das, was er besser kann. Hätte ich bei Kruse auch machen können. Aber nein, ja. Viele gelbe Karten bei den Gästen, die jetzt hier nicht mehr wirklich reinkommen. Aber jetzt hier nochmal in der Szene. Wenn die jetzt nochmal den Anschlusstreffer erzielen, dann wird es hier nochmal heiß. Können wir das Spiel vielleicht entscheiden? Jetzt ja, schon wieder ein Fehlpass. David geht dazwischen. Aber auch Obermeier geht dazwischen. Wilbia. Ja, auch in der Diskussion. Das ist ein klares Paul. Und der Mann hat schon gelb. Und es gibt gelb-rot für Yannick Bachmann, der eben getroffen hat. Jetzt geht er vom Platz. Dann können wir nochmal ein zehntes Mal, äh, zehntes und fünftes Mal wechseln. Ähm, dann bringe ich mal noch Gelsen Dala für Adriano Grimaldi. Dala, der auch nicht, ja, aufgrund von Verletzungen nicht ganz die Spielpraxis bekommen hat, die er vielleicht auch verdient hätte. Aber im Winning-Team müssen sich alle hinten anstellen im Zweifel. Frühzeitige Dusche für Yannick Bachmann. Jetzt nochmal ein Freistoß. Gute Position. Max Kruse wird was versuchen. Der Mann mit der ruhenden Bälle. Und der war nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. Die letzten zehn Minuten laufen. Und der vielen Verwarnung bei Rostock wird es da bestimmt noch ein paar Minuten obendrauf geben. Jetzt ein Eckball. Obermeier auf... Oh ja, und der war gefährlich. Riesenchance. Das hier ist 3 zu 1. Es gibt fünf Minuten obendrauf, aber wir führen immer noch mit zwei Treffern. Das dürfte für Rostock nicht mehr möglich sein, hier zurückzukommen. Und das ist dann auch der Sieg. Und wir gewinnen nochmal am 17. Spieltag. Lägen vor. Düsseldorf muss nachlegen. Der Mann des Spiels. Wahrscheinlich Kai Kleefisch. Ja, der spielt hier wirklich eine starke, starke Hinrunde. Ich bin der Freund. Super Ergebnis. Super Auftritt. Die zweite Hälfte war ein bisschen schwächer. Aber wir haben ihn ganz überzeugend gewonnen. Gegen die Tabelle. Achtzehnten jetzt. Herr Pereira. Zwei hier. Pereira. Matsuan und Nishan Pereira sind beide stolz. Oder der eine sagt, anständiges Ergebnis. Anständiges Spiel. Hossa. Hier ist der Mexikaner. Schalke wird von uns. Ach. So. Leute, es fliegt mir hier schon. Alles runter. So. Schalke mit einem 0-0 gegen Greuther. Fürth. Schalke wurde damit von uns überholt. Wir haben beide 32 Punkte. Düsseldorf kann uns noch überholen. Wir stehen zumindest auf Platz 3 am Ende der Hinrunde. Ausverkauft war das. Stadion nicht ganz. 14.176 Zuschauer. Gucken wir mal, ob wir jetzt noch überholt werden von Fortuna. Die spielen gegen Magdeburg. Nö. Düsseldorf spielt 1-1 gegen Magdeburg. Damit überwintern wir auf einem Aufstiegsplatz. Auf einem direkten Aufstiegsplatz. Auf Platz 2. Hertha spielt 0-0 gegen Osnabrück. Der HSV, die marschieren vorneweg. Die haben 10 Punkte mehr als wir. Die gewinnen 2-1 gegen Nürnberg. Braunschweig 0-0 gegen Karlslautern. Kiel gewinnt 3-2 gegen Hannover. Und Elbersberg gewinnt 1-0 gegen Karlsruhe. Hansen hat sich verbessert. In vielen Kategorien. Michael Martin steigt wieder voll ins Training ein. 1-6 verliert unsere Reserve gegen die des VfL Wolfsburg. St. Pauli gewinnt 3-0 gegen Wiesbaden. Damit am Ende der Hinrunde. HSV auf 1-2 auf 2. Schalke auf 3. Braunschweig auf 16. Rostock auf 17. Und Nürnberg fällt auf Platz 18 runter. Schuster möchte in der Stammformation stehen. Er sei verärgert. Der Mittelfeldspieler soll verärgert sein. Eine Ausleihe wäre im beiderseitigen Interesse. Ich werde nach einem Verein für sie Ausschau halten. Ja, dann sage ich das auch mal wäre okay. Muss ich ihn jetzt hier irgendwie auf die Leihliste setzen oder passiert das von selber? So, in 32 Tagen geht es gegen Reuter Fürth weiter. Jetzt geht das Speichern auch schneller. In der Elf des Tages Kai Kleefisch. Musia verdient ein Comeback beim Kosovo. Wir können jetzt nochmal überlegen, ob wir jetzt noch wen ausleihen. Vielleicht im Winter. In Schuster oder vielleicht auch wen anders. Eihahn. Tumani hat sich verbessert. Schock bekommt Angebote. Ich denke, den können wir doch in der Regionalliga spielen. Das ist eine Regionalliga müsste für die ganzen jungen Leute groß genug sein. Da müssen sie doch auch zum Einsatz kommen. Angebote für Mrowseck. Was ist denn die PKO BP Extraklasa von Hochpolen? Welche Liga in Polen? Das ist die erste polnische Liga. Die zweite polnische Liga. Kann mir keiner verraten. Ich gehe einfach mal weiter. So, Gelsen da. Mit einer Erkältung fällt er ein bis drei Tage aus. Lass ihn mal behandeln. Kann sich hier auskurieren. Das Speichern geht auch jetzt schneller. Komischerweise. Das Transferfenster öffnet. Hassan Mohrmann wurde für den Asia Asian Cup nominiert. Der Zendala könnte mittels Ausstiegsklausel uns verlassen. Ist er sauer, oder was? Wir sollten halten, weil Conte... Wir sollten Conte halten, da er eine ähnliche Klausel im Vertrag hat. Die Ablösesumme ist etwas höher als der geschätzte Marktwert. Louisiana spricht über... So, Spielerverträge laufen aus. Bei Kruse weiß ich nicht, ob wir verlängern sollten. Ruth hat gar kein Interesse an einem neuen Vertrag. Ben Klefisch ist der Bruder von Kai Klefisch. Dem sollte ich auch schon mal einen neuen Vertrag anbieten. Herr Amapol. Ich weiß jetzt nicht, was der Klefisch in der zweiten Mannschaft so macht, aber ich möchte ihn einfach mal halten. So, für drei Jahre. Ich biete das einfach mal... Das ist gar nicht so genau durchgelesen. Passt schon. Robert Leipatz. Dem sollten wir einen neuen Vertrag anbieten. Sven Haas ist der Berater. Jetzt habe ich Stammspieler ihm versprochen. Das können wir ihm eigentlich nicht bieten. Und das Gehalt können wir ihm auch nicht bieten. Müssen wir ein bisschen weniger bieten. Kann ich das Versprechen nicht nochmal zurücknehmen? Jetzt habe ich ihm Stammspieler versprochen. Das geht eigentlich schlecht. Dann brechen wir die Verhandlungen doch nochmal ab. Tug Benio ist nicht gut genug. Dörfler ist nicht gut genug. Den Dörfler würde ich auch gehen lassen. Bravo Sanchez, Bilokrevic später entscheiden. Also es sind viele junge Leute, deren Verträge auslaufen. Hier Potenzial 3 Sterne bei Chapelle. 4 Sterne potenziell. Dem würde ich schon einen Vertrag anbieten. Wir können jetzt nicht alle jungen Leute behalten, aber das ist ein großes Talent. Der Spieler spricht auch mit mir selber. Ich denke, für zwei Jahre kann man nochmal miteinander reden. Und auch hier der Gleisner, Potenzial von 3,5 Sternen. Dem sollten wir auch nochmal Vertrag anbieten, halt für die zweite Mannschaft in erster Linie. Der Nachwuchsspieler, so. Der verdient ja nicht mehr als der andere. Das halte ich eigentlich für unangemessen. Ach komm, sagen wir 800 Euro. Doch, 1000. Ach komm, dann kriegt er die 1000 Euro. Meine Güte. Und Janik Huth. Er möchte nicht bleiben. Ich sollte vielleicht trotzdem mit ihm sprechen. Er ist nicht anfangen und interessiert. Den Tuk Benio würde ich vielleicht doch erstmal behalten. Ach, warten wir mal erstmal. So, Hassamon hat die Jugendverträge laufen aus. Der ist ja hier schon Jugendspieler hier beim Asia Cup dabei. Dem Herrn Mohamed sollte man dann auf jeden Fall was anbieten. Herr Kern. Auch für drei Jahre. Florian Prus. Ah, da ist das Potenzial nur noch bei 1,5 Sternen. Den würde ich erstmal... Ach so, der läuft noch wann genug, oder was? Großes Potenzial bei dem Herrn Kerlen. Dem biete ich auch mal einen Vertrag an. Großes Talent. Ja. So, wir haben im letzten Monat 1,1 Millionen verloren. Haben nur noch 245.000 Euro auf dem Konto. Sollten wir aufpassen, dass wir da nicht rote Zahlen beischreiben. Der Chok bekommt ein Angebot hier von irgendwelchen Drittligisten. oder nein, nicht drittligisten, unterklassigen Teams. Das wird alles abgelehnt. Das werden die Transferziele genannt. So, das Transferfenster ist offen. Herr Brand fragt mich. Das Transferfenster ist wieder geöffnet. Und sogleich gibt es neue Spekulationen über Ihre Pläne. Wird es demnächst morgen irgendwelche Transfers geben? Ich plane eigentlich nicht, aber wir gucken mal. Vielleicht ein paar Abgaben. Ein paar Spiele abgeben, ein paar Ausleihen vielleicht. Ich werde mich nicht über Transfergerüchte äußern. Joel Zambrano bekommt ein Angebot von Osnabrück. Den Spieler muss ich mir nochmal genau angucken. 19 Jahre. Großes Talent. Entwicklung. Potenziale sind aber nur 2,5 Sterne. Ich denke, das reicht nicht. Er hat in dieser Saison nur ein Spiel gemacht in der Liga. Also es müsste Regionalliga sein. 2 Spiele für Paderborn 2. Zumindest das wird simuliert, dass Spiele gemacht werden. Und die Noten, auch wenn die Ergebnisse nicht simuliert werden. Ich denke, den Mann können wir abgeben. Hey, habe ich jetzt Nein gesagt zu dem Angebot? Ben Klefisch bekommt ein Angebot von Heidenheim. Heidenheim. Wir haben uns ja schon den Hoffmeier abgekauft. Conté überdenkt seine Zukunft. Monatsüberblick. Paderborns Mentoring. Mathis Hansen hat sich in diesem Moment einige Charaktereigenschaften angeeignet. Positiv aber auch ungern gesehen. Seine Loyalität ist gestiegen. Er konzentriert sich jetzt mehr auf sein Spiel. Wird weniger Meinungsverschiedenheiten verursachen. Er sieht nicht mehr ganz so ehrgeizig aus wie zuvor. Das ist nicht gut. Er lässt seinem Temperament etwas öfter freien Lauf. Und Baradir auch. Er scheint ehrgeiziger zu sein. Zielstrebiger. Das ist sein Temperament freien Lauf. Temperament ist bei uns okay. Kann man zeigen. So, Trainingsleistung war gut. 7,97 im Durchschnitt. Gute Leistung bei Korda und Natsch. Schlechte bei Platte und Kruse. Wir bekommen Note 1. Man ist begeistert. 1- für Vereinstieler und Kultur. Die Fans geben mir eine 2- für die Transfers. Taktiken, da kriegen wir eine 2. Warum können die Fans nur manches bewerten? Bei der Mannschaft kriegen wir eine 3+. Also ich. Spielerüberzeugung. Dass sich das jetzt irgendwie verändert hat. Enthusiastisch sind einige. So. Van der Werfer 10 Mal gespielt für Rostock. Rosek. Sind das jetzt Transferangebote oder nur Leihangebote? Rostock ist 19 Jahre. Potenzial 2,5 Sterne. Wir können jetzt nicht alle Leute behalten. Sind das jetzt 3.000 Euro für den Spieler oder was? Transferwert 18.000 Euro. Ach komm, nein. Ich will den erstmal noch behalten. Welche anderen lasse ich ja auch jetzt gehen. Aber Pouloulou. Angebote. Vertragsende. Presley Pouloulou. Der könnte ja mit Gelsendala zusammenspielen. Beide aus Angola. Großes Talent. Da ist das Potenzial für 3 Sterne da. Schon 19 Mal gespielt für unsere 2. 2. Mannschaft. Platte möchte in der Startformation spielen. Das ist jetzt die komische Entscheidung. Finde ich eigentlich ganz nett, dass es sowas gibt. So. Der Stürmer soll verehrt darüber sein, keinen Stammplatz zu haben. Da haben wir Grimaldi, der natürlich eine überragende Hinrunde spielt. Ich bin bereit, sie zu verleihen, damit sie die gewünschten Einsatzzeiten bekommen. Von mir aus muss ich ihn jetzt auf die Leihliste setzen oder für jeden Fall die Frage. Passiert das von selber? So. Es wird gespeichert. Doch das geht irgendwie schneller jetzt. Musiala mit einem neuen Vierjahresvertrag. Kurda zeigt erfreuliche Fortschritte. Potenzielle Fähigkeit. 4 Sterne. Obwohl er hat 2,5 Sterne. Sollte ich vielleicht auch 2,5 Sterne jetzt nicht so als klein ansehen. Irgendwie Logrevic kriegt Angebote. Er ist aber auch schon 25 Jahre alt. Ich denke, für den nächsten Schritt ist es da schon ein bisschen zu spät. 2,5 Sterne. Scouting Meeting. Sollen wir jetzt noch andere Leute holen? Hobby Mainu von Manchester United. Ich glaube, bei Manchester United sollte man es nicht unbedingt... Wir haben genug Leute, wir brauchen keine neuen. Chapelleca setzt Unterschrift unter 9. Ein Jahresvertrag. Augusto steht vor Verpflichtung von Pululu. Sollen wir Pululu behalten oder... Er hat 19 mal gespielt für die zweite Mannschaft. Er hat Potenzial von 3 Sterne. Dann sollten wir ihn vielleicht behalten. Sein Vertrag endet nämlich... Ich mache ihm dann doch... Ah, wir können ihm keinen. Ah, er hat schon im Wechsel zugestimmt. Gut, dann wird er gegen Leihangebote ausleihen. Möchte ich die Leute nicht. Auch nicht nach Wattenscheid. Oder hat der Chapelleca für unsere zweite Mannschaft nicht gespielt? Da sollte ich vielleicht auch mal drauf achten. Er hat für die zweite Mannschaft noch nicht gespielt. Ja, komm, dann kann er mal nach Wattenscheid gehen. Dann erlaube ich ihm das. Wattenscheid ist sympathisch. Wattenscheid nehme ich. Kommt er wieder zurück. Mohamed wird heute zum Profi. Das ist gut. 17 Jahre jung. Vertrag läuft wahrscheinlich aus. Nö, ich habe ihn ja etwa bis Ende 2026 Vertrag. Gleisner unterschreibt noch einen Einjahresvertrag. Das ist natürlich ziemlich wenig, aber... Kerlin wurde heute zum Profi. Osnabrück steht vor der Verpflichtung von Zambrano zum 1.7. Belogovic steht vor... Varastin steht vor der Verpflichtung von ihm. Musilio, Knöchel verdrängen. Vier bis sieben Wochen. Ich schicke ihn mal zum Physio. Ach, nein. Jetzt habe ich falsch den Knopf gedrückt. Jetzt habe ich ihn nicht zum Physio geschickt. Mohamed mit dem Länderspiel für Libanon. Klefisch möchte wieder Aufnahme der Gespräche mit Heidenheim. Oh, Heidenheim steht vor der Verpflichtung. Kommt er dann auch ablösefrei? Kann ich ihm nochmal einen Vertrag anbieten? Nee. Ah, da wird der Ben Klefisch doch gehen. Das wird den Kai Klefisch nicht freuen. Ich sollte jetzt ein bisschen energischer hier vorgehen bei den Verträgen. Die Leute nicht alle gehen lassen. Simon Zanev mit einem Ermüdungsbruch in der Ländenwirbelsäule. Das ist nach einem Sturz eine schwere Verletzung. Fällt bis zu acht Wochen aus. So, Scoutingberichte über den Partnerverein Palabon 2. Stärken, Kreativität, Ecken, gegnerische Formationen, Torwart, Schwächen, Spieler mit viel Potenzial, Spielerbereich für die ersten Mannschaft, Spieler mit großartigem Potenzial. Schabellka hat keine Probleme. Ich habe doch Wattenscheid schon zugesagt. Auch Halberstadt. Meine Güte, dann leite ihn aus. Kann er sich den Verein aussuchen. Schiebe mir aus. Kommt er zurück. Hassan Ramad kriegt Leihangebote. Premier League. Ist das erste Liga? Wer ist denn A-Head? Wer ist denn A-Head? Ist das wirklich Premier League? Ach so. Premier League in einem anderen Land. Premier League im Libanon. Wenn er in seiner Heimat spielen möchte, kann er es tun. Ich stimme da mal zu. Ich stimme aber auch den anderen hier zu. Woher kommen. Auch wenn es jetzt untere Liegen sind. Wie soll er sich das ausruhen? Dann lasse ich ihn mal auf Leihbasis gehen. Soll ich jetzt nochmal gucken, dass ich nicht alle Leute hier gehen lasse, die auslaufende Verträge haben. Machen wir nochmal mit dem Länderspiel. Stamm bekommt ein Angebot von Kiel. Hat er einen auslaufenden Vertrag? Ja, hat er. Potenzial. Oh, er hat bis zu vier Sterne Potenzial. Dem sollte ich ein Angebot machen. So, ich biete ihm mal selber noch was. Das ist Talent. Moment, warum haben die ja immer nur Einjahresverträge eben rausgemacht? So, naja. Wahrscheinlich, falls es jetzt schon Januar ist. So, Schabelka geht auf Leihbasis nach Wacker Nordhausen. Ja, gucken wir mal von mir aus. Er kommt ja wieder. Wann kommt er wieder? Am Ende der Saison oder was? Steht hier gar nicht. Er möchte nicht nach Wattenschein. So, dann kann er auf Leihbasis dahin gehen. Mohammed geht auf Leihbasis nach Halberstadt. Bis zum Ende der Saison. Von mir aus. Wenn es ihm gut tut. So. Ich wollte es ja eigentlich lange nicht. Die ihm so niedrige Liegen ausleihen. Aber mal schauen. Schabelka ist zufrieden. Mit dem Leihgeschäft. Mohammed auch. Hier sind wir eigentlich schon... Ach, da hätte ich nicht ein Testspiel ansetzen müssen. Stamm. Bindet sich am Paderborn. Ist auch gut. Nordhausen hat wegen einer Leihe von Stamm angefragt. Ach, komm, von mir aus. Ist die Rückrunde dann schon rum. Jo, wir haben gar kein Testspiel gemacht. Aber dann ist es halt so. Mohammed hat das Länderspiel nochmal gemacht. Der kriegt da auch viel Spielpraxis. Dala hat auch ein Länderspiel bestritten für 19 Minuten. Kerlin hat sich verbessert. Und Stamm geht auf Leihbasis auch nach Nordhausen. Von mir aus. Dann tut dies. Ansonsten ist die Rückrunde jetzt schon anstehend wieder. Beim nächsten Mal spielen wir dann gegen Greuther Fürth. Und gegen wen war das zweite Spiel? Gegen Düsseldorf, glaube ich. So, das ging ja schnell. Testspieler hätte ich machen sollen. Ich habe es nicht getan. Wir gucken nochmal kurz in die Bundesliga. Generell, ob es auch noch andere Transfers gibt. Das können wir nächstes Mal gucken. Bundesliga-Ergebnisse. Dann komme ich jetzt hier wieder in die Bundesliga. Es ist immer so ein bisschen fummelig. Zweite Liga. Darmstadt-Bundesliga. Die Ergebnisse vom letzten Spieltag, vom 17. Die haben schon früher, am Januar, wieder weitergespielt. Gucken wir nochmal. Im Dezember. Was davon hatte ich schon alles vorgelesen? Egal, wir gehen jetzt nochmal bis zum 15. Dezember zurück. Leipzig gewann 2-1 gegen Hoffenheim. Augsburg spielt 1-1 gegen Dortmund. Wenn ich die Ergebnisse vielleicht schon mal vorgelesen habe. Gladbach verliert 0-2 gegen Bremen. Darmstadt 0-0 gegen Wolfsburg. Mainz verliert 0-1 gegen Heidenheim. Bochum gewinnt 2-0 gegen Union. Bayern gewinnt 2-1 gegen Stuttgart. Freiburg gewinnt 1-0 gegen Köln. Bayern 0-4. Leverkusen gewinnt 1-0 gegen Frankfurt. Dortmund gewinnt 4-0 gegen Mainz. Bremen gewinnt 1-0 gegen Leipzig. Hoffenheim gewinnt 4-1 gegen Darmstadt. Stuttgart spielt 1-1 gegen Augsburg. Wolfsburg verliert 0-1 gegen Bayern. Leverkusen verliert 0-1 gegen Bochum. Frankfurt gewinnt 1-0 gegen Gladbach. Heidenheim verliert 1-2 gegen Freiburg. Union gewinnt 2-0 gegen Köln. Leverkusen gewinnt 4-1 gegen Dortmund. Mainz gewinnt 2-1 gegen Freiburg. Dann ein Unentschieden 0-0 zwischen Köln und Heidenheim. Das ist jetzt schon im Januar wieder. Augsburg verliert 0-3 gegen Leverkusen. Gladbach gewinnt 1-0 gegen Stuttgart. Mainz verliert 1-2 gegen Wolfsburg. Freiburg gewinnt 3-0 gegen Union. Bochum trennt sich torlos mit Bremen. Bayern gewinnt 1-0 gegen Hoffenheim. Darmstadt verliert 1-3 gegen Dortmund. Leipzig gewinnt 3-1 gegen Frankfurt. Dann gewinnt Darmstadt 2-1 gegen Frankfurt. Und die anderen Ergebnisse, die gibt es jetzt erst am Samstag. Ich wollte auch mal noch gucken, was denn international so abging. Da haben wir ja noch gar nicht reingeschaut. Ich weiß nicht, wie ich das internationale Geschäft hier finden kann. Hier, Champions League. Gehen wir mal die Gruppen durch. Gruppenphase. Gruppe A. Arsenal und Sevilla sind weiter. Union, der Dritte geht in die Euroleague, oder? Vermute ich einfach mal. Union müsste in die Euroleague gehen. Rotar Stern, Belgrad ist draußen, nenne ich das richtig. Oder geht da, steigt man auch in die Conference League ab. Nein, Conference League. Der Dritte der Euroleague geht in die Conference League, oder? Ich habe das alles in der Realität nicht so wirklich verfolgt. Deswegen weiß ich das gar nicht so genau. Wir gucken aber mal. So, Barcelona und Lazio sind weiter. Dortmund ist auf Platz 3. Magdam auf Platz 4. Gruppe C. Da haben wir Man City und Inter. Weiter. Laos auf Platz 3. Eindhoven auf Platz 4. In Gruppe D. Da haben wir oben Fähnort und RB Leipzig. Auf Platz 3. Celtic und auf 4. San Sebastian. Gruppe E. Bayern auf 2. Man United auf 1. Ferengs. Varus auf 3. RB Salzburg auf Platz 4. Dann Gruppe F. Partien auf 1. Real Madrid auf 2. Glasgow Rangers auf 3. EIKA auf 4. Interessant, von welchen Klubs es hier das Original-Logo gibt. Von welchen nicht. Dann haben wir hier Paris Saint-Germain auf 1. Porto auf 2. Schachtia auf 3. Sparta-Prag auf 4. und Gruppe H. Newcastle auf 1. Benfica auf 2. Athletico Madrid auf 3. Und AC Milan auf 4. So, im Achtelfinale. Benfica gegen Barcelona. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Sevilla gegen Partenope. Ist das Neapel oder wer ist das? Ich glaube schon, ne? RB Leipzig gegen Man City. FC Porto gegen Newcastle. Lazio gegen Man United. Bayern gegen Arsenal. Bayern und Inter gegen Fairnord. Wie finde ich die Euroleague? Ist Ferenc-Zwaros jetzt in der Euroleague? Ach so, ja genau. Da gibt es jetzt so eine Zwischenrunde, ne? Europa League. Gucken wir uns auch mal die Gruppenphase an. Gruppe A. Dann kriege ich hier keine Tabelle der. Topf 1, hä? Gruppenphase. Gruppe A. Warum zeigt ihr mir Gruppe A nicht? Warum zeigen sie mir hier irgendeinen Topf? Zwischenrunde. Ich will nicht irgendeinen Topf angezeigt bekommen. Ich möchte die Ergebnisse. Gruppe A. Freiburg auf 1, Ajax auf 2, Marseille auf 3, Panathinaikus auf 4. Steigt da der Dritte in die Conference League ab? Ist das so? Ich glaube schon, oder? Gruppe B. Liverpool auf 1, Kopenhagen auf 2, Union SG auf 3, Baka Topola auf 4, AS Rom und BRG Braga ist das, glaube ich, noch weiter. Sawyer auf 3, Lugano auf 4, gut, dann mache ich das Video jetzt noch ein bisschen länger, können wir auch noch mal auf die Transfers gleich schauen. Gruppe D. Sporting auf 1, Astana auf 2, Real, Hispallis auf 3, Toulouse auf 4. Gruppe E, Atalanta auf 1, Rennes auf 2, Galatasaray auf 3 und Shamrock Rovers auf Platz 4. Gruppe F, West Ham, Villareal, Ludugores und Olympia. Gruppe G, Brighton auf 1, Leverkusen auf 2, Young Boys auf 3, Sturm Graz auf 4. Gruppe H, Olympiakos auf 1, Dnipro 1 auf 2, Dynamo auf 3, Antwerpen auf 4. In dieser ominösen Zwischenrunde spielen Schachtjahr gegen Braga, Dortmund gegen Real, Real, Union gegen Rennes, Celtic gegen Kopenhagen, Rangers gegen Dnipro, Fereng, Varos gegen Astana, Launz gegen Ajax und Atletico Madrid gegen Bayern 04, Leverkusen. Leverkusen war doch auf Platz 2 hier in der Gruppenphase, oder? Wo müssen die dann in die Zwischenrunde? Im Achtelfinale, müssen alle in die Zwischenrunde? Keine Ahnung, offenbar. Ich zeige mir nochmal die Gruppen. Young Boys ist jetzt in der Conference League vielleicht. Wahrscheinlich. Jo, Conference League. Ein Wettbewerb, den ich sehr selten in der Realität bisher geguckt habe. So, Gruppe A, oben Aston Villa und Levski, dahinter Dynamo Kiew, Kukariki. Gruppe B, Lille und Besiktas, Rijeka auf drei, Hecken auf vier, hier die dritten und vier, die sind ganz draußen, oder? LASK und Farul Konstanta sind weiter, Erberdin und Sheriff Tiraspol weg, Benabatsch und Srinski weiter, Genk und Rakow weg, Molde und FC Basel weiter, ZSK, Sofia und Tiflis weg, Austria, Wien und Makavi Haifa weiter, Klusch und Nordzielland draußen, Rapid und Adana weiter, Slavia Prag und Aris draußen, Club Brügge und Twente weiter, Bratislava und Breitla Bic weg. Ist hier kein deutscher Club in der Conference League? Ist das normal? Müsste da nicht eigentlich mindestens einer dabei sein? In der Zwischenrunde sehen wir jetzt Galatasaray gegen Twente, Sawyer gegen Levski, Lodugures gegen Adana, Union gegen Basel, Olympique Marseille gegen Besiktas, Young Boys gegen Haifa, Dynamo gegen Srinski und Hisbalis gegen Farul Konstanta. Wahrscheinlich hatte der deutschen Clubstar die Quali nicht geschafft. So, ich gucke mal einmal uns an, wir gucken uns mal an, ob es Transfers gab. Hier in der zweiten Liga, die dritte Liga könnte ich mir auch mal angucken. So, Transfers hier in der zweiten Liga, jetzt 2024. Da gab es für 575.000 Euro geht Previag von Hertha nach Sulte-Waregim. Leihgeschäfte, Leihgeschäfte, einige von uns, eine Stamm. Und auch Chapelleca gehen nach Nordhausen. Mohamed geht nach Halberstadt. Ansonsten gab es ja noch nicht die großen Transfers, aber ich glaube, die Frist ist ja auch noch nicht abgelaufen. Wir müssen nochmal in die dritte Liga auch schauen. Da gucken wir erstmal in der Bundesliga uns die Transfers an. In der Bundesliga gab es ja Transfers 2024. Klar, geht ablösefrei nach Minnesota. Für 1,3 Millionen Cardona, von Augsburg nach Metz. Für 3,8 Millionen Bebu, von Hoffenheim nach Alkmaar. Becker für 4,3 Millionen von Union nach Heddafe. Bayern und Hoffenheim leihen auch Spieler aus. Weitere Leihgeschäfte für 7,25 Millionen. Torres von Orlando nach Leipzig. Ja, dann möchte ich mal einmal gucken, wie es in der dritten Liga so aussieht. Wie finde ich denn jetzt die dritte Liga? Keine Ahnung, wie ich die dritte Liga finden soll. Ulm, ist Ulm in der dritten Liga? Jo, Ulm ist in der dritten Liga. Um Ulm herum wird die dritte Liga hier nicht simuliert. Das finde ich ja schon ein bisschen schwach, wenn die dritte Liga nicht simuliert würde. Aber sie scheint nicht simuliert zu werden. Was ich schon etwas schwach finde. Aber gut, dann ist das halt so. Dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen bei uns im Verein schauen. Grimaldi, also Top-Torschütze mit 7 Toren, Conte, bester Notenschnitt 7,26. Auch Conte die meisten Vorlagen. Grimaldi, das hätte man nicht gedacht, 6 Vorlagen. Grimaldi am häufigsten Spieler des Spiels, 3 Mal. Die meisten gelben Karten bei Musilio und Kinsombi. Jeweils 3 gelbe Karten zusammenfassend. Glaubt der Vorstellung, dass sie einen unglaublichen Job machen. Und sie zweifellos der richtige Trainer für diesen Verein sind. Und wie lange habe ich denn hier eigentlich Vertrag? Bis Ende 2025. Okay, das reicht noch. Ich muss mal ein bisschen hier die zweite Liga-Statistiken wälzen nochmal. Die meisten Tore. Glatzl hat schon 15 Mal getroffen. Vermeille und Terrode jeweils 11 Mal. Besser Notenschnitt Öztunali. Dahinter Glatzl und auch Vermeille. Spielerstatistiken. Conte taucht hier allerdings auch auf mit 7.000. Und Top-Top-Vorlagen Grimaldi. Punktgleich mit Dompey und Bunner. Jeweils 6 Assists. Glatzl am häufigsten Spieler des Spiels. Die meisten Roten Karten. Ja, da gab es einige, die hatten jeweils eine. Notenschnitt, da ist auch Conte. Um ganz gut dabei. Bei den Teamstatistiken. Wir sind in der Formtabelle auch oben dabei. Die meisten Sieg in der Serie. Hamburg hat 10 Mal in Folge gewonnen. Zuschauerschnitt, da sind wir nicht in der Top-10. In der Heimform sind wir auf 2. Da haben wir die letzten 5 Heimspiele alle gewonnen. Zuschauertechnisch sind wir auf Platz 13. Zuschauerschnitt von 14.726. Das ist aber für Paderborn okay. Auszeichnungsträger. Das war in den Vorjahren, ne? So. Wir können nochmal intern vielleicht ein paar Statistiken prüfen. Wer hat denn die meisten Tore geschossen? Achso, das ist jetzt auch zweite Mannschaft. Flotho. Flotho hat 9 Mal getroffen. Conte 7 Mal. Bilbia 6 Mal. Grimaldi 6 Mal. Brandt hat 5 Mal getroffen. Wahrscheinlich für die zweite Mannschaft, ne? Oder für die U19, ich weiß es nicht. Natsch hat 4 Mal getroffen. Dala hat 4 Mal getroffen. Genau. Vorlagen. Die meisten Vorlagen. Gemaldi 6. Stabenau 5. Dörfler 4. Conte 4. Schock 3. Kläfisch 3. Bilbia 3. Den Flotho können wir vielleicht auch in der ersten Mannschaft ausprobieren. Phasen. Was meinen die hier mit Phasen? Gucken wir in die... Haben wir nicht eine reine Heimtabelle oder so? Saisonverlauf. Bei uns. Naja, egal. Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Beim nächsten Mal geht es in die Rückrunde. Und ich sehe euch dann. Lasst gerne ein Abo oder dergleichen da. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Bye bye. Speichern muss ich noch. So. Ja, bitte abonnieren. Bitte kommentieren. Was tippt ihr? Wolland wir am Ende der Rückrunde? Steigen wir wirklich zum dritten Mal? In die Bundesliga auch. Oder nicht. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.